ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcarts heute packen wir mal ganz heißes eisen an und zwar gehen wir heute ziemlich tief in die ss hinein das ist sowieso immer so ein bisschen schwierig finde ich weil man da echt aufpassen muss was man da sagt aber das kriegen wir hin und das thema tatsächlich ist heute die operation anthropoid jetzt werden einige sagen weil ich bin das hat nichts mit arachnophobie oder so zu tun anthropoid heißt eigentlich in der definition menschenaffe und diese operation anthropoid ist ja eigentlich dafür oder steht dafür oder steht für so ist es richtig das attentat auf reinhard heidrich in prag am 27 mai 1942 so und der michael also eine aus unserem autoren team hat sich daran gesetzt und angefangen das thema zu bearbeiten und fand immer mehr sachen und immer mehr sachen raus und das wurde immer mehr und immer mehr und dann haben wir die möglichkeit entweder wir machen so eine kurze abgespeckte version wo man nach im ende des tages weiß das ist passiert und dann war das dass die reaktion darauf wo wir fangen tatsächlich an warum ist das überhaupt passiert warum bei heidrich in prag was ist da hinten mal raus gekommen was wollte das ns regime überhaupt wir haben die in prag reagiert was ist im ende des krieges nachher passiert und so also da das ist schon ein bisschen mehr und wir haben auch den anspruch dass wir wirklich die sache so erklären dass jeder dabei am ende ein bisschen was mitnimmt deswegen wird es auf jeden fall mehr als ein teil werden das ist schon mal klar heute starten wir eigentlich mit der geschichte was ist das sudetenland weil wer ist reinhard heidrich warum ist er da gewesen und warum sollte er sterben und wie waren die politischen verstrebungen dort mit den deutschen mit dem ns regime warum reicht das noch zurück zum ersten weltkrieg und so also viele sachen die man also wissen muss um nachher zu verstehen was passiert deswegen starten wir heute quasi mit dem ersten teil oder ich sag mal mit den grundlagen ich will nicht mehr sagen 1 2 3 sondern das ist der grundlagenteil das ist es kommt dann das attentat und nachher was dann noch rauskommt also ist schon viel kram der da zusammengetragen worden ist und ich muss sagen erst mal die die recherche von michael war super also tag also noch mal die ich mich auf dem weg mega und auch alles und das sind die fotos zusammen und das alles zusammengeschnitten haben nachher auch wahnsinn was da an foto material reingeworben worden ist um alles zu verstehen so genug des selbstlobes wieder ich habe ja immer nur meine stimme die leicht für den kram und erst mal die jungs deswegen denke ich mal starten wir jetzt einfach mit operation androboid attentat auf reinhard heidrich in prag 1942 los geht's ja beginnen wir mal mit einem zitat und zwar hätte es kein attentat auf reinhard heidrich gegeben wäre heute die hälfte der tschechen nicht mehr da dies sagte der in großbritannien lebende tscheche alois denemarek vor zehn jahren in einem bbc interview seine familie hatte tschechische widerstandskämpfe unterstützt die 1941 in kleinen trupps über dem protektorat absprang unter ihnen waren auch zwar angehörige der gruppe anthropoid sie hatten die aufgabe den anschlag auf den stellvertretenden reichsprotektor in prag durchzuführen dem folgenden nazi terror sind rund 5000 tschechische bürger zum opfer gefallen darunter auch dann imareks eltern und bruder am 27 mai 2022 jährte sich zum 80 mal der anschlag auf den chef des deutschen reichsicherheitshauptamtes der am 27 september 1941 nach prag mit dem auftrag entsandt wurde die tschechische frage zu lösen im folgenden geht es also um eine operation gegen ein führer des ns regimes die zu der einzigen zählt die wirklich erfolgreich war jetzt unsere fragen hat sich etwas verändert wir wissen es nicht war es die opfer wert auch das können und wollen wir nicht beantworten wurden sie zu einem fanal sicher nicht aber sie zeugt vermut weniger ihre überzeugung zu vertreten mit allen gewollten und nicht planbaren konsequenzen dafür einzustehen es ist der 27 mai 1942 an einer straßenecke in prag an der granaten explodierten und die geschichte an ein abzweig angekommen war die so niemand in einem auto sitzend geahnt hätte und so kam es dazu der fall grün überfall auf die tschechoslowagische republik es ging um streitige gebiete im sudetenland in der es eine große deutschsprachige minderheit gab am 24 april 1938 legte konrad henlein chef der sudeten deutschen partei das karlsbader programm auf dieses beinhaltete acht punkte als forderung an die tschechische regierung unter anderem gleichberechtigung autonomie wiedergutmachung der seit 1918 erlittenen benachteiligungen und endlich die volle freiheit des bekenntnisses zum deutschen volkstum und zur deutschen weltanschauung die aufgebutschte stimmung verschlechterte das verhältnis zwischen tschechoslowaken und den in der tschechoslowakei lebenden deutschen es kommt zu straßenschlachten und mordanschlägen genau das hatten hitler und henlein bezweckt nachdem die lage endgültig zu eskalieren droht fordern beide lautstark den anschluss des tschechoslowakischen sudetenlandes an das großdeutsche reich um die gefährdeten deutschen zu schützen und heim ins reich zu holen tatsächlich geht es aber nicht um menschen sondern um machtpolitik gehen wir mal zu der studie grün das ist hier die version vom 30 mai 1938 und schauen uns mal die politischen voraussetzungen es ist mein unabänderlicher entschluss die tschechoslowakei in absehbarer zeit durch eine militärische aktion zu zerschlagen den politisch und militärisch geeigneten zeitpunkt abzuwarten oder herbeizuführen ist sache der politischen führung eine unabwendbare entwicklung der zustände innerhalb der tschechoslowakei oder sonstige politische ereignisse in europa die eine überraschend günstige vielleicht nie wiederkehrende gelegenheit schaffen können mich zu frühzeitigem handeln veranlassen die richtige wahl und entschlossene ausnutzung eines günstigen augenblick ist die sicherste gewähr für den erfolg dementsprechend sind die vorbereitungen unverzüglich zu treffen gezeichnet adolf hitler so kam es zum mündchener abkommen vom 29 september 1938 eine konferenz der regierungschefs von frankreich also taladier großbritannien chamberlain italien mussolini und deutschland natürlich hitler tags darauf wurde das mündchener abkommen abgeschlossen womit die vertreter frankreichs großbritanniens und italiens ihre zustimmung zum anschluss des gesamten sudetenlandes an das deutsche reich gaben der tschechoslowakei wurde für den rest ihres territoriums eine internationale garantie in aussicht gestellt die beschlüsse wurden ihr diktiert und bedeuteten das ende der ersten republik regierungsvertreter der tschechoslowakei waren nicht eingeladen worden deswegen und aufgrund des massiven druck mit denen ihnen zuvor die einwilligung abgenötigt worden war wird das ergebnis der münchener konferenz in der wissenschaftlichen literatur mitunter als diktat von münchen bezeichnet die tschechische armee war bereit die republik zu verteidigen ende september war die tschechoslowakische armee bereit sich dem feind zu stellen sie hatte 40 divisionen und zwei brigaden unterstützt durch arterie luftwaffe panzereinheiten und linien von grenzbefestigung zur verfügung doch anstatt einen kampfbefehl zu erhalten wurde ihn befohlen zu kapitulieren und sich von der grenze zurückzuziehen und alle verteidigungsanlagen aufzugeben die tschechoslowakische armee zog sich nach dem ausbruch des aufstandes der sudeten deutschen aus bestimmten gebieten zurück mehr als 110 tschechoslowakische gendarmen und soldaten sollte im laufe der sudetenkrise ihr leben verlieren mehr als 2000 wurden von freischärlern gefangen genommen und nach deutschland verbracht wo sie völkerrechtswidrig in deutschen gefängnissen interniert wurden am ersten oktober besetzen deutsche truppen das sogenannte sudetenland kurz nachdem die einheiten der wehrmacht die grenze überschritten hatten machte sich adolf hitler auf den weg zu einem triumphalen besuch in den grenzgebieten am fünften zehnten trat präsident beneß zurück und ging später nach london zwischen dem zweiten und dem elften oktober 1938 besetzen polnische truppen das olsar gebiet mit einer polnischen minderheit die 1920 an die neu entstandene tschechoslowakei ging winston churchill schrieb in seinen memoiren polen habe sich an der aufteilung der tschechoslowakei mit dem appetit einer hyäne beteiligt ja bisher wusste ich tatsächlich auch nicht dass bei der aufteilung der tschechoslowakei die polen dasselbe verlangten wie die deutschen das muss man auch mal wissen ja gehen wir weiter märz 39 mit der besetzung unter unterdrückung im oktober 1938 schon wenige tage nach dem münchener abkommen oder diktat befiehlt hitler den spitzen der wehrmacht eine invasion vorzubereiten immer wieder beschwört die ns propaganda in den folgenden wochen die angeblich tausendjährige geschichte der deutschen in böhmen und mehren und sie kolportiert gräuelnachrichten deutsche würden in tschechien drangsaliert verfolgt gar ermordet als präsident hacha schließlich am jenem 15 märz um kurz vor mitternacht in berlin eintrifft schaut hitler einen film den staatsgast aus der tschechoslowakei lässt er zwei stunden warten bis er ihn schließlich um halb zwei uhr nachts vorlässt es sei für alle das beste sagte hitler wenn das deutsche reich in den verbliebenen tschechischen gebieten die macht übernehme um sechs uhr würden deutsche truppen die grenze überschreiten sollten sich tatsächlich tschechische soldaten wehren würde das zum blutvergießen führen hacha hörte mit starrem blick zu als hermann göring schließlich drohte die luftwaffe könne prag auch bombardieren erleidet hacha einen schwächeanfall hitlers leibarzt gab ihm irgendwas also spritzte ihn wieder wieder fit in der hitler hacha erklärung vom 15 märz 1939 hieße unter anderem auf beiden seiten ist übereinstimmend die überzeugung zum ausdruck gebracht worden dass das ziel aller bemühungen die sicherheit von ruhe und ordnung und frieden in diesem teil mitteleuropas sein müsse der tschechoslowakische staatspräsident hat erklärt dass er um diesen zielen zu dienen und eine endgültige befriedigung zu erreichen das schicksal des tschechischen volkes und landes vertrauensvoll in die hände des führers des deutschen reiches legt telefonisch gibt hacha die order die deutschen widerstandslos eindringen zu lassen hitler soll vor seinen sekretärin gejubelt und gerufen haben er werde als größter deutscher in die geschichte eingehen ein tag zuvor hatte der slowakische naht für die gründung eines neuen unabhängigen staates slowakei abgestimmt eine gruppe von elf nachrichtenoffizieren angeführt von gs colonel frantisek moravec verließ das land am vorabend des einmarsches der nazis und mit ihnen einen teil der wertvollen archive des generalstabs der zweiten abteilung und das ging dann direkt nach london am 21 märz 1939 erfolgte die besetzung durch die nazis behörden erließen eine verfügung über die verwendung von deutsch als amtssprache im protektorat böhmen von diesem tag an mussten alle zeichen auf öffentlichen gebäuden und amtliche dokumente zweisprachig sein fünf wochen später wurde eine neue protektoratsregierung benannt angeführt vom neuen premierminister und ehemaligen divisionsgeneral alois elias doch immer wieder formierte sich der widerstand vor dem jahrestag der tschechoslowakischen unabhängigkeit am 28 oktober 1939 riefen jan oplethal und andere medizinstudenten in flugblättern zum widerstand gegen die deutsche besetzung auf im ganzen protektorat böhmen und mehren fanden demonstrationen der tschechischen bevölkerung und streichs statt in prag versammelt sich im laufe des tages immer mehr menschen sangen die nationalhymne forderten die rückkehr von edward benes und skandierten antideutsche slogans einige darunter viele studenten vandalierten schaufenster deutscher geschäfte da die tschechische polizei die mit den demonstranten sympathisierte nicht ein schritt begannen deutsche zivilpolizisten in die menge zu schießen dabei wurde der arbeiter waklak zetla zek erschossen und jan oplethal schwer verletzt oplethal erlag am 11 november 1939 seinen verletzungen am 15 november 1939 wurde er aufgebahrt und durch prag gefahren bei der gedenkveranstaltung am institut für pathologie und in der anliegenden kapelle waren mehr als 3000 studenten zugegen hunderte studenten folgten danach seinem sarg und es schloss sich immer mehr einwohner an als ein sarg zum bahnhof für den transport in seiner heimat nach nacklo in mehren gebracht wurde stimmte die inzwischen auf tausende von menschen angewachsenen menge die tschechische hymne an als der trauerzug den karlsplatz erreichte kam es zur auseinandersetzung mit der tschechischen polizei so dass sich die studenten in das gebäude der tschechischen universität zurückzogen dieses durfte sie unter aufsicht nur in kleinen gruppen verlassen welche sich aber später wieder zu einer prozession zusammen schloss die versuchte durch das stadtzentrum zu brechen die reaktion der deutschen besatzer darauf war die sonderaktion prag am 17 november 1939 dabei kam es zur verhaftung von 1850 studenten und die hinrichtung von neun studentenführern ohne gerichtsprozess darunter auch frantisek skorkowski 1200 tschechische studenten wurden im konzentrationslager sachsen hausen interniert alle tschechischen universitäten wurden geschlossen unmittelbar nach der invasion begann auch die verfolgung von politischen gegnern und juden durch gestapo und sicherheitsdienst also sd tausende menschen wurden festgenommen in den besatzungsjahren folgten mehrere verhaftungswellen es gab aber auch wie in vielen anderen ländern auch nationalsozialistische vereinigungen daran beteiligt waren hauptsächlich mitglieder faschistischer und extrem nationalistischer organisationen die böhmische und mehrische partei schloss sich 1939 zusammen und bildete eine neue bewegung die tschechische vereinigung der nationalen einheit diese hatte bis 1939 vier millionen mitglieder und war die einzige noch geduldete politische bewegung alle anderen parteien wurden verboten in kürze entstand auch eine äußerst selbstbewusste aktivisten bewegung in der tschechischen gesellschaft nach der besetzung was zu einer offenen zusammenarbeit mit den deutschen führte die böhmischen und mehrischen faschisten schlossen sich 1939 zusammen und bildeten eine neue bewegung diese nannte sich die tschechische vereinigung der nationalen einheit auch bekannt als die fahne die ähnlich uniformiert war wie die deutsche sa ihre uniform zeigte den brigadierhut des oberbefehlshabers und anführers von die fahne josef reis rosses war die faschistische organisation leitet ihre prinzipien aus dem deutschen und italienischen faschismus ab sie wurde zum synonym für die tschechische zusammenarbeit mit den deutschen die absicht der nazis war es diese gruppe als störende einheit zu fördern um das politische leben des protektorats und einem pro deutschen geist zu entwickeln die fahne erreichte nie die ebene des politischen einflusses auf die ihre mitglieder gehofft hatten für die deutschen war jedoch die aktive zusammenarbeit mit der gestapo wichtig eine geheimdienstabteilung wurde erstellt für die indirekte zusammenarbeit zwischen der organisation und der gestapo die führung der fahne befahl alle seinen mitgliedern sie über juden kommunisten und andere gegner zu informieren so machen wir jemand sprung in das jahr 41 in das jetzige protektorat böhm und mehr am 27 september 1941 veröffentlichte die tschechische presseagentur folgende nachricht und zwar dass der reichsprotektor konstantin von neurath erkrankt war und somit wurde zum neuen reichsprotektor reinhard heidrich ernannt hinter dieser veränderung stand die zukunftssorge der nazis bezüglich der entwicklung im protektorat denn neben aufkeimenden streiks und sabotage gab es auch offene demonstrationen und widerstand gegen die besatzungsmächte schauen wir auch noch mal nach england das jahr 1940 und 1941 viele tschechen die freiwillig auf der seite frankreichs gekämpft hatten zogen sich nach der niederlage nach großbritannien zurück aus diesen wurde eine tschechische brigade am 12.08.1940 gebildet diese brigade zählte 3276 männer und bestand aus dem hauptquartier zwei infanteriebataillonen und einer maschinengewehr kompanie einer artilleriedivision flugabwehrbatterie panzerabwehrbatterie ingenieur und telegrafenzüge einer motorisierten kompanie einem motorradzug einer schweren gerätereparaturwerkstatt und einer austauschgerätewerkstatt im herbst 1940 war diese brigade nach lemmington spa verlegt worden wo sie bis zum frühjahr 42 stationiert war schauen wir mal zur luftwaffe die bekannteste einheit der tschechen waren die piloten des geschwaders 312 in großbritannien diese schlossen sich sofort dem tobenden kampf über den britischen inseln an bis ende 1940 hatten diese männer 42 feindliche maschinen abgeschossen 60 wahrscheinliche treffer und 14 deutsche flugzeuge schwer beschädigt in folge der kriegsentwicklung und der lage an der heimannfront fing man an mit den briten darüber zu verhandeln ob es eine möglichkeit gebe tschechoslowaken wieder in die tschechoslowakei zu entsenden am anfang des plans stand entweder reinhard heidrich oder k.h. frank also den gauleiter im besetzten polen als ziel auszuwählen die operation zur durchführung des attentats hielt den codenamen anthropoid die eigentliche vorbereitung begann am 2 oktober 1941 in zusammenarbeit mit der britisch special operation exekutive soi und dem sr s dazu wurden der feldwirbel josef gabtschick und der stabs feldwirbel karel svoboda ausgewählt diese sollten das attentat ausführen die operation soll in kürzester zeit durchgeführt werden diese speziell ausgewählten soldaten sollt informationen sammeln sabotage betreiben terroranschläge begehen und als verbindungsbeamte fungieren dieser tschechoslowakische vorschlag wurde von den geheimdienstmitarbeitern der engländer aufgegriffen und fand außergewöhnliches verständnis auf seiten der briten und der plan wurde in die tat umgesetzt es wurde eine neue sondergruppe d gebildet im laufe des jahres 41 begann die spezialgruppe d unter der leitung von jaroslav sustra männer zu rekrutieren für diese männer wurden dann spezialisierte ausbildungszentren gebildet und die briten bildeten die männer aus diese extrem spezialisierten special training schools also sts befanden sich normalerweise hauptsächlich in abgelegenen teilen der englischen und schottischen landschaft auf alten bauernhöfen auf alten schlössern oder landgütern die ausbildung der special forces einheiten hatten drei phasen basic training schuss training oder schießtraining und special training die gründausbildung die in den einzelnen sts stattfand bestand aus einem angriffskurs und einem parakurs das waren absolute spitzenleute die die soldaten in irregulärer kriegsführung geschult hatten zum beispiel anthony sykes und william fairbairn ursprünglich waren sie offiziere in shanghai als die stadt vor allem als lasterhöhle des drogenhandels und der prostitution bekannt war dort haben sie unter schweren bedingungen erfahrungen gesammelt noch vor dem zweiten weltkrieg haben sie eine reihe von fachpublikationen verfasst zu den ausbildern der tschechen gehörten auch sprengstoff experten einer von ihnen cecil clark hat die bombe hergestellt die beim anschlag auf heidrich verwendet wurde doch nicht alles lief bei der ausbildung der tschechen reibungslos ein fahrendes auto mit einer bombenattrappe zu treffen sei ihnen schwer gefallen die britischen ausbilder sollen es mit einem seufzer kommentiert haben die tschechen spielen halt kein cricket beide ausbilder major peter wilkinson und captain alfga hesket pritchard waren cricket asse pritchetts vater war seinerzeit sogar der beste cricket repräsentant großbritanniens und auch wilkinson spielte aktiv cricket die beiden tschechen wurden also von zwei profis ausgebildet die mit jedem wurf das ziel trafen während sie sich damit quälten da war das seufzen der briten nicht ganz fair für den angriffskurs bildete die soi das ausbildungszentrum sds 25 welches in schottland stationiert war der kurs selber dauerte vier wochen und wurde für gruppen von je 20 männern durchgeführt die fallschirmspringer lernten die grundlegenden theorie und die praxis des angriffskampfes und wurden mit gewohnheitsmäßigen reaktionen in kritischen situationen ausgestattet das ziel des trainings war eine allgemeine steigerung der physischen und psychischen ausdauer dieser ungewöhnlich anspruchsvolle kurs war körperliche fitness feldtraining scharfes schießen direktes mann gegen mann kämpfe einsatz von sprengstoffen radio telegrafisches training informationsbeschaffung und topografisches training so springen wir noch mal zurück in das protektorat böhm und mehren 1941 so wie schon erwähnt war reinhard heidrich ernannt worden am 28 september 1941 um 11 uhr begann die offizielle einweihung auf der prager burg reinhard heidrich verschwendete in seiner neuen position sicherlich keine zeit ein zeugnis dafür war ein kurz nach seiner ankunft am 27 september 1941 abgesandtes fernschreiben an den reichsführer ss heinrich himmler um 15 10 wurde die verhaftung des ehemaligen ministerpräsidenten elias wie geplant durchgeführt um 18 uhr wurde ebenfalls planmäßig die festnahme der ehemaligen ministerin havelka durchgeführt um 19 uhr gab der tschechische rundfunk meine erinnerung durch den führer bekannt heidrich verwirklichte sofort einen plan mit dem ziel den widerstand zu vernichten und das in den tschechischen ländern das überraschungselement bei dieser intervention sollte geschwindigkeit und grausamkeit sein das sollte eine starke psychologische wirkung auf die bevölkerung haben am 27 september 1941 warf die herrschaft des schreckens und der angst ein schatten über das land einen tag später am 28 9 40 verkündete heidrich das kriegsrecht für die oberlandräte in prag brün morawska ostrawa olomuk klatno und radek kralow die kriegsgerichte hatten nur drei optionen vollstreckung des todesurteils verhängung des todesurteils und beschuldigte an die gestaub übergeben die urteile des kriegsgerichts waren unwiderruflich und wurden sofort ausgeführt die geschwindigkeit und brutalität von heidrichs intervention insbesondere bei der einführung des kriegsrechtes die massenverhaftung tausender tschechischer bürger die einrichtung von kriegsgerichten und die sofortige durchführung von hinrichtungen schuf eine atmosphäre der angst und des terrors unter denen die bevölkerung des protektorats zu leiden hatte in dieser atmosphäre des terrors wurde general alois elias verurteilt und hingerichtet damit begann eine ära des blutigsten terrors in der tschechischen nation jüngerer geschichte am tage nach heidrichs amtsantritt am 28 9 41 wurden mitglieder der militärischen widerstandsorganisation nationale verteidigung unter kriegsrecht verurteilt und von einem erschießungskommando in ruzin also in der kaserne ruzin hingerichtet die hingerichteten offiziere waren general josef billy und divisionsgeneral hugo woitja kommandant des böhmischen landeskommandos diese brutalen maßnahmen sollten den antideutschen widerstand in den böhmischen ländern brechen die letzten worte von general billy waren es lebe die tschechoslowakische republik feuer ihr hunde ich werde das jetzt nicht alles aufzählen aber heidrich wütete wie ein berserker in diesem land am 5 dezember empfing reinhard heidrich eine delegation von tschechischen bauern er hörte sich deren beteuerung über die bereitschaft zur lieferung an talte sie aber gleichzeitig wegen der sabotage der vieh und getreidelager dieser schritt war teil von heidrichs kampf gegen schwarzmarkt der 1941 solche ausmaße annahm dass eine sonderheit der landwirtschaftspolizei eingerichtet werden musste den tschechischen bauern wurden mit der beschlagnahmung ihrer höfe gedroht wenn sie ihre tatsächliche produktion nicht melden würden reinhard heidrich verband den kampf gegen den schwarzmarkt mit terror der sich gegen die gesamte bevölkerung richtete ja kommen wir mal zur landung der attentäter nach mehrfacher verschiebung des absprungstermins aufgrund der entdeckung von geheimfunkstationen und widerstandsgruppen startete die aktion in der nacht vom 28.12.1941 die historische luftlandung fand in der nacht vom 28. auf den 29.12.1941 statt durchgeführt von der besatzung einer viermotorigen henley page halifax mk2 es sprangen die beiden soldaten über dem protektorat ab gefolgt von zwei weiteren gruppen allerdings rückte der ursprüngliche auftrag für kubis und gabtschick in den hintergrund in london hatte sich exilpräsident bennis entschlossen die briten bei der bombardierung von rüstungsbetrieben im protektorat zu unterstützen einer internen absprache zufolge sollten die tschechoslowakischen piloten das sudetengebiet bombardieren die englischen piloten das tschechische gebiet die helifax flog über die französische küste in le croteu und flog von dort aus nach darmstadt wo sie um 042 eintraf während ihres fluges trafen sie zweimal auf feindliche nachtabfangjäger oder nachtjäger die die helifax aber abschütteln konnte die orientierung für die besatzung war sehr schwierig weil die meisten bezugspunkte wie eisenbahnschienen oder eisenbahndinien sowie flüsse sogar kleine städte unter einer dicken schneedecke verschwunden waren diese tatsache trug zu einem navigationsfehler bei die versatzung verwechselt prag mit pilsen um 2.37 Uhr sprang die gruppe silver a aus dem bomber ab nach den angaben des navigators geschah dies östlich von kasselav aber in wirklichkeit war es zwischen po de bardi und colline die silver b besatzung staff sergeant jan cemek und sergeant wladimir skaccia sprang um 2.56 Uhr ab und landen aber nicht in ziedrich sie landen in der nähe von kasseliki nicht weit von pilsen so nach der landung versteckten kubis und gabtschick ihre persönliche einsatzausrüstung und sabotage material im gartenhaus von antonin sedlacek am morgen sollten sie im örtlichen fahrhaus erfahren dass es sich um einen großen navigationsirrtum handelte statt in der gegend von pilsen waren sie nun in der gegend von niwizi das war nicht weit entfernt von prag gemäß den ursprünglichen anweisungen fuhren sie in die gegend von pilsen wo sie ihre kontaktperson ausfindig machten die adressen von zuverlässigen mitgliedern der heimischen widerstandsbewegung waren ein wichtiger bestandteil im arsenal aller fallschirmjäger in vielen fällen landeten die abgeworfenen fallschirmjäger leider vor den türen bereits hingerichteter widerstandsmitglieder im fall der anthropoid gruppe erwiesen sich die adressen als gut und josef gabtschick und jan kubis erhielten die hilfe die sie brauchten so springen wir mal zum märz bis april 42 wie schwierig die lage für die fallschirmagenten im protektorar war zeigte die vorbereitung der bombardierung der skoda werke die in der nacht vom 25 auf den 26 april 1942 stattfand diese fabrik gehörte zu den drei bedeutendsten rüstungsfabriken die das dritte reich belieferte das ziel war weit also 1200 kilometer von england entfernt und lag am ende der reichweite der bomber und der damaligen britischen navigationsfähigkeit es wurden vorher bereits vier erfolglose versuche unternommen auf dieses ziel zwischen oktober 40 und oktober 41 obwohl in der zwischenzeit noch mehrere agenten aus london abgesprungen waren musste der chef leutnant bartos die beiden attentäter auf heidrich anweisen sich für die aktion der skoda werke zur verfügung zu stellen weil er keine hilfe aus den reihen der tschechischen bevölkerung und der tschechischen widerstandsbewegung erhalten konnte die aktion wurde schließlich durchgeführt sie wurde mit hilfe von sechs viermotorigen short sterling mk1 bomben des geschwaders 218 ausgeführt am 25 april um 18 uhr gab der tschechische bbc rundfunk ein kenwort aus das ein signal für die mitglieder der luftlandeanheiten out distance anthropoid und silver a war um das ziel abzugrenzen vor den werken unter den werken in flugrichtung der bomber wurden zwei scheuen als richtfeuer angezündet und vorher ein einpeilgerät eine rebecca für die bombe eingeschaltet so gelang es den piloten das skoda werk zu lokalisieren aber nur einer der besatzung gelang es die signalfeuer zu erkennen und die übrigen fünf sterling bomber warfen ihre bomben blindlings ab nicht eine einzige bombe fiel auf die skoda werke und die gesamte operation war ein fehlschlag es wurden alle bomben daneben geworfen weil die agenten ohne fremde hilfe alles alleine machen mussten und sie die beiden scheuen nicht zum gleichen zeitpunkt anzünden konnten so gering war die bereitschaft der ansässigen tschechen somit hilfe an der sabotage so hier endet erstmal der teil 1 das ist das ganze vorgeplänkel gewesen aber das sind alles fakten und dinge die man wissen muss bevor wir nachher zu dem eigentlichen attentat im zweiten teil kommen so wir reden hier immer die ganze zeit von reinhard heidrich und viele von euch wissen gar nicht wer das ist deswegen machen wir jetzt noch mal einen ganz kurzen abriss seines lebens also reinhard tristan eugen heidrich geboren am 7 märz 1904 in halle an der saale politisch und weltanschaulich wurde er früh durch einen extremen nationalismus geprägt der in der familie vorherrschte die niederlage des deutschen reichs im ersten weltkrieg und die abdankung von kaiser willein binzoten wurden von seiner familie als katastrophe empfunden 1920 wurde er mitglied der jugendgruppe der hallischen ortsgruppe des deutsch völkischen schutz und trutz bundes dvstb der nach der ermordung von außenminister ratenau 1922 verboten wurde 30 märz 22 trat heidrich als seekadett in die reichsmarine ein 1926 erhielt er sein offiziers patent als leutnant zur see durchlief eine spezialausbildung zum technischen nachrichtenoffizier im funkwesen und diente in dieser funktion bis 1928 auf dem linienschiff schleswig-holstein am ersten juli 28 wurde er zum oberleutnant zur see befördert und in die admiralsstabsabteilung der marine station ostsee in kiel versetzt dezember 30 lernte heidrich seine spätere ehefrau die 19 jährige lina mathilde von osten kennen zwei maaten später verlobten sich die beiden heimlich wenige tage später erhielt heidrich bei ihrem vater jürgen von osten in einem brief um sie an lina kam aus einer politisch rechtsextrem geprägten familie ihr bruder hans von osten gehörte ab 1928 der sa an sie selbst war schon als sie reinhard heidrich kennen lernte überzeugte nationalsozialistin und antisemitin am ersten juni 31 tat heidrich nachdem er lange gegenüber der nsdap interferent geblieben war unter dem einfluss seiner frau in die nsdap ein ein monat später am 14 juli trat er in die ss ein und wurde dort untersturmführer sein frühe eintritt trug dazu bei dass er später das goldene parteiabzeichen erhielt sein eintritt in parteien ss war wohl weniger ideologisch motiviert als durch den wunsch zu einem strukturierten leben in uniform zurückzufinden durch seinen effizienten arbeitsstil wurde heidrich seinem förderer heinrich himmler und dessen ehrgeiz bald unentbehrlich und er stieg rasch in der hierarchie der ss auf am 1. dezember 31 wurde er zum hauptsturmführer der ss im juli 32 zum ss standartenführer und chef des sicherheitsdienstes beim reichsführer ss ernannt bis zu heidrichs tod verband beide eine enge arbeitsbeziehung und wohl auch freundschaft also 39 wurden sd und sicherheitspolizei dem neu geschaffenen rsha also reichssicherheitshauptamt unterstellt mit heidrich an der spitze als chef der sicherheitspolizei und des sd der sich personalpolitisch in einer bitteren kontroverse gegen ss juristen um werner best durchsetzen konnte heidrich wählte ganz bewusst eine führungsschicht für das rsha aus die akademische intelligenz mit kalten völkischen fanatismus zu verbinden musste die konzeption und die verwirklichung des rsha beruhten stark auf den vorstellungen heidrichs der selbst das politische konzept einer verschmelzung von ss und polizei geradezu verkörperte mittlereile war ein riesiger polizeiapparat entstanden der überall informationen sammeln und liefern konnte ein instrument zur ausübung absoluter herrschaft heidrich arbeitete weiter an der vervollkommenung dieses apparates der seine ganze macht und ideologische orientierung in der nationalsozialistischen herrschaft über osteuropa und der planung und durchführung des holocaust zeigen sollte das von ihm nach seinen vorstellungen geschaffene rsha wurde ein entscheidendes radikalisierendes element der ns-politik. Anfang august 1939 leitete heidrich die vorbereitung für den überfall auf den sender geleiwitz und zu weiteren fingierten zwischenfällen an der deutsch polnischen grenze um polnische übergriffe als vorwand für den verbrecherischen angriffskrieg gegen polen vorzutäuschen. Ab dem 22. august 1939 lösten als polnische freischerler verkleidete sd und ss angehörige des kz sachsenhausen mehrere grenzzwischenfälle aus. Am 31. august 1939 überfiel eine gruppe von ss männern unter führung von sturmbandführer alfred naujoks den sender gleibitz. Am 31. juli 41 wurde heidrich von hermann göring beauftragt alle erforderlichen vorbereitungen für eine gesamtlösung der judenfrage zu treffen seien sie finanzieller organisatorischer oder verwaltungstechnischer Natur. Heidrich erkannte schnell, dass zu diesem Zweck eine zentrale Koordinierung aller beteiligten Stellen erforderlich war. So berief er zum 20. Januar 1942 die Wannsee-Konferenz ein, um Mittel und Wege zur Endlösung der europäischen Judenfrage zu erörtern. Heidrich konkretisierte, was mit den deportierten Juden geschehen sollte. Später, wie schon erklärt, wurde er dann zum Reichsprotektor in Böhmen und Meeren. Das Attentat April bis Mai 1942 Bereits zu Beginn des Jahres 1942 wurde im Deutschen Reich die Zwangsarbeit für alle unverheirateten Tschechen eingeführt. Viele versuchten sich dieser Pflicht durch übereilte Heiraten zu entziehen. Daher wurde die Arbeitspflicht auf alle arbeitsfähigen Bürger ausgeweitet. Im Jahr 1941 wurden ca. 45.000 tschechische Arbeiter zur Arbeit ins Reich geschickt und bis 1942 war diese Zahl auf 135.000 gestiegen. Die Zwangsarbeiteregelung brachte auch unvorhergesehene Probleme für die Hüter der reinen Rasse. In einem Bericht des RSHA lesen wir, aus vielen Orten des Reiches, in denen Millionen Ausländischer beschäftigt sind, hören wir von Fällen sexueller Kontakte mit deutschen Frauen. Und die Gefahr der biologischen Schwächung des deutschen Volkes nimmt ständig zu. Die Zahl der Beschwerden über Mädchen deutschem Blutes, die tschechischen Arbeitern nachstellen, um ein Liebesverhältnis zu begründen, nimmt ständig zu. Kommen wir zur Vorbereitung des Attentates. Die Fallschirmjäger schmiedeten verschiedene Pläne für das Attentat auf Reinhard Heydrich. Anfang April 1942 trug Heydrich selbst zu den Optionen für seine eigene Ermordung bei, als er von seinem vorübergehenden Quartier in der Prager Burg in ein Schloss in Panenske-Brizani umzog. Schließlich wurde eine scharfe Rechtskurve über die Straßen Kirchmann-Jerova und Hells Kovikasch unterhalb einer Schule von Kobilisi für den Anschlag ausgewählt. Es war bekannt, dass ein Auto auf dem Weg zur Prager Burg täglich durch diese Kurve fuhr und dass ein Chauffeur SS-Oberscharführer Johannes Klein stark abbremsen musste. Anfang Mai versuchte Alfred Bartos mit den Fallschirmjägern der Frühjahrsrunde in Kontakt zu treten. Die Vertreter der heimischen Widerstandsbewegung erkannten an den Vorbereitungen der Fallschirmjäger, dass sie versuchten Reinhard Heydrich zu ermorden. Aus Angst vor einer großen Vergeltungsmaßnahme beschlossen sie London über den Sender Libuse zu kontaktieren mit einer Botschaft, in der sie davor warten die Attentatspläne umzusetzen. In einer Operation gegen die Gruppe Silver A fing die Gestapo am 12. Mai 1942 eine dieser Warnungen ab, in der stand, aus den Vorbereitungen die Otter und Zetnek und dem Ort des Geschehens vermuten wir trotz ihres Schweigens, dass sie ein Attentat auf H nicht planen. Dieses Attentat würde den Alliierten nicht helfen und würde immense Konsequenzen für unsere Nation bedeuten. Wir bitten sie über Silver den Befehl zu erteilen das Attentat nicht auszuführen. Heidrich setzte bei Präsident Emil Hacher durch, dass Moravec 1942 als Minister für Bildung und Volksaufklärung in die Protektoratsregierung berufen wird. Moravec war das einflussreichste Regierungsmitglied, setzte im Protektorat die Politik des Dritten Reiches konsequent durch und war von den anderen Ministern gefürchtet. 26. Mai 1942, ein Tag vor dem Attentat Am selben Tag, dem 26. Mai 1942 wurde Heidrich zum Mitglied des Protektorats und der Protektoratsregierung ernannt und kündigte die Einrichtung eines Kuratoriums für die Erziehung der Jugend an. Mit Hilfe des Kuratoriums sollten alle tschechischen Jugendlichen zwischen dem Alter von 10 und 18 Jahren reformiert werden. Die Prager Musikwochen sollten eine neue kulturelle Tradition begründen, wobei Reinhard Heidrich diese selbst plante. Am 26. Mai 1942, am Vorabend des Attentates, fand ein außergewöhnlicher Auftritt des Streichquartetts von Arthur Bonhart, begleitet von dem Pianisten Kurt Senke statt. Der Tag des Attentats Heidrich war so verhasst, dass er ständig anonyme Drohbriefe bekam und der Sicherheitsdienst fing im April 1942 sogar bestimmte Nachrichten ab, die als Trugbild und Unsinn bezeichnet wurden. Es hieß, die Tschechen würden sich erzählen, dass SS-Obergruppenführer Heidrich ermordet würde. Der Sicherheitsdienst hielt das wohl für dummes Geschwätz und nahm die Meldungen nicht ernst. Doch Heidrich hätte durchaus klar sein müssen, dass die Lage für ihn gefährlich war. Die Gestapo bekamen den Absprung einiger Fallschirmjäger mit und nahmen auch einige von ihnen fest. Dabei konfiszierten sie Maschinenpistolen und Bomben. Sie warnte dann sogar Heidrich, dass sogenannte Fallschirmagenten im Lande seien. Das heißt, der Chef der Prager Gestapo schrieb einen Brief an das Amt von Heidrich mit der dringenden Aufforderung auf dessen Sicherheit zu achten. Deswegen wurden dann die Sicherheitsmaßnahmen an Heidrichs neuem Wohnsitz erhöht. Es ist der Morgen des 27. Mai 1942. Josef Gepczyk und Jan Kubis warten an einer Straßenbahnhaltestelle im Prager Stadtteil Lieben. Dort muss der Wagen von Heidrich abbremsen, um durch eine abschüssige Rechtskurve zu fahren. Ein schwarzer Mercedes 320C, wie täglich chauffiert von SS-Oberscharführer Johannes Klein, näherte sich der Kirchmeierstraße aus Richtung Cabellissi. Die rote Reichsprotektorenstandarte am rechten Kotflügel und die Nummernschilder SS3 zeigen, wer auf dem Beifahrersitz neben dem Fahrer sitzt. SS-Obergruppenführer Reinhard Heidrich kommt aus seiner Sommerresidenz in Panenske-Brizani. Er hat eine lange Reise vor sich. Es ist viel Zeit vergangen, seit er eine persönliche Einladung von Adolf Hitler erhalten hat. Er wird nie dank zweier Männer an sein Ziel kommen. Es ist 10.35 Uhr, als das Fahrzeug in die Straße einmündet. Weiter oben steht Josef Walczyk, ein dritter Widerstandskämpfer. Er gibt mit einem Taschenspiegel ein Zeichen, als das Auto heranfährt. Josef Gepczyk springt vor das Fahrzeug und hält ein englisches Sten Maschinengewehr im Arm, mit dem er Heidrich mit tödlichen Kugeln beschießen wollte. Im entscheidenden Moment versagt jedoch das Maschinengewehr. An diesem Punkt kommen die Lektionen aus der SOE-Schule zum Tragen. Kubis holt eine der Spezialbomben aus seiner Aktentasche. Sie ist ausgestattet mit hochempfindlichen Aufschlagzündern, bei der nach Herausziehen einer Sicherung der kleinste Aufprall einer Explosion auslöst. Sie ist so modifiziert, dass sie ihre Wirkung um das Ziel herum maximiert, ohne den Angreifer mit Schrapnellen zu verletzen. Kubis wirft die Bombe mit einem vorher einstudierten Unterhandwurf in Richtung des Fahrzeuges des Reichsprotektors. Die Bombe verfehlt das Ziel und alle Wurfübungen schienen umsonst. Wäre sie im Fahrzeug explodiert, hätte Heidrich keine Chance gehabt. In diesem Moment werden die folgenden Worte des Prüfers der STS 25 möglicherweise durch Kubis Kopf gehen. Langsam im Umgang mit Sprengstoff. Die Bombe explodiert über dem Trittbrett kurz vor dem rechten hinteren Kotflügel. Die Explosion durchschlägt die Karosserie des Fahrzeuges, reißt die rechte Tür raus und richtet offensichtlich sonst nichts an. Heidrich bricht seinem Wagen zusammen. Geschichtswissenschaftler haben erst vor zwei Jahren den genauen Verlauf des Anschlages rekonstruiert. Sie widersprachen der früheren These, dass zunächst nur Josef Gapczyk angreift. Denn beide greifen zur selben Zeit an. Josef Gapczyk versucht mit einer Maschinenpistole zu schießen, doch der Schuss bleibt stecken. Der Fahrer Heidrichs hatte alles mitbeobachtet. Er wäre nach den Anordnungen, die Fahrer solcher Persönlichkeiten in derartigen Situationen befolgen sollten, seine Pflicht gewesen Gas zu geben und davon zu fahren und nichts wäre passiert. Heidrich aber befahl kurz anhalten. Der Fahrer hat ein Gehorsam gewöhnt, befolgte diesen Befehl, den er nach seinen Vorschriften nicht befolgen sollte. Im selben Moment wirft Jan Kubis eine Handgranate, obwohl der eigentliche Plan gewesen war zunächst die Granate zu werfen und dann aus der Maschinenpistole zu feuern. Über den hinteren Kotflügel wurde die Seitenwand des Wagens getroffen. Die Bombe erreichte also gerade noch ein relativ ungünstiges Ziel. Die Seitenwand des Wagens wurde herausgerissen und die Splitter durchschlugen die Rückenlehne des Sitzes, auf dem Heidrich saß. Zwei Splitter erdrangen seinen Rücken, nicht einmal große, ein und eine davon durchschlug die Milz, hatte aber von der Pferdehabholsterung Teile mit in den Körper gerissen, wodurch die Blutvergiftung eintrat, die neun Tage nach der Tat zu Heidrichs Tod führte. Auch hier war die Vorschrift, dass die Rückenlehnen der Sitze bei zu schützenden Persönlichkeiten ein Stahlblech erhalten sollten, um Durchschüsse zu verhindern. Das Auto fährt noch ein Stück, bevor es wegen eines Schadens stehen bleibt. Nach dem Bombenwurf flüchtet auch Kubis, um sein Fahrrad zu erreichen. Straßenbahnfahrgäste, Tschechen, die den Vorfall miterlebt hatten, stellten sich ihm in den Weg, worauf Kubis aus seiner Kolbpistole wild um sich schoss und sich den Weg freikämpfte. Er entkam mit dem Fahrrad, durch Luftdruck bei der Situation der Bombe in der linken Gesichtshälfte und am linken Auge verletzt. Heidrich sprang sofort aus dem Wagen und versuchte Kubis zu folgen, der nur wenige Meter vor ihm lief. Er hatte eine Pistole Kaliber 7,65 aus der Seitentasche des Wagens gezogen und schoss auf Kubis. Kein Schuss ging los. Er hatte das Durchladen vergessen. Sein Fahrer war ebenfalls aus dem Wagen gesprungen und verfolgte Gapcic, den MP-Schützen, der von seinem Fahrrad abgedrängt wurde und zu Fuß in eine andere Richtung flüchtete. Nur 15 Meter hinter ihm, der körperlich große Fahrer in SS-Uniform, der ihn fast eingeholt hatte, als Gapcic aus seiner Pistole wild nach hinten zu schießen begann. Der Fahrer hatte ebenfalls seine Pistole gezogen und wollte schießen, aber kein Schuss löste sich. Er hatte bei seiner Walter Pistole in der Erregung auf den Knopf gedrückt, der das Magazin freigibt, um es herauszunehmen. Wenn das Magazin aber nur einige Millimeter herausgerutscht ist, geht kein Schuss mehr los. Der Fahrer hatte nicht die Nerven, kurz stehen zu bleiben und seine Pistole zu kontrollieren. In diesem Fall wäre der Schaden durch eine Handbewegung zu beheben gewesen und der Täter nicht mehr entkommen. So lief er unbewaffnet weiter, der Täter flüchtete in einen Laden, um nach hinten heraus zu entkommen. Der Laden aber hatte keinen Ausgang hinten. Der Täter musste zurück und prallte mit dem inzwischen angelangten Fahrer zusammen und schoss direkt auf ihn, wodurch dieser einen Knie-Durchschuss erlitt und zur weiteren Verfolgung nicht mehr fähig war. So entkam auch dieser Täter. Heidrich war inzwischen vor Schmerzen gebeugt und unfähig sich auf den Beinen zu halten, zu seinem Wagen zurückgekehrt, wo er sich auf seinem Sitz niederließ. Nunmehr völlig allein, unverwundet, ein hilfloses Opfer jedes weiteren Angriffes, der aber nicht mehr stattfand. Eine tschechische Frau hielt einen vorüberfahrenden Lastwagen an und half Heidrich einzusteigen, um in das nahegelegene Krankenhaus zu fahren. Er saß hinten in dem verschlossenen Kasten und hätte ohne Schwierigkeiten entführt werden können. Aber das geschah nicht. Während ihrer Flucht wussten die beiden Falschemäger nicht, dass ein kleiner Teil der Außenhaut des Fahrzeuges und kleine Teilchen des Polsters des rechten Vordersitzes durchstoßen wurden. Der 27. Mai 1942 wurde so zu einem der bedeutendsten Tage der Tschechen. Die Verständigung über das Attentat und seine Folgen an die geheime Staatspolizei wurde sofort telefonisch vorgenommen. Der Leiter der Gestapo glaubte an einen Scherz und wollte trotz vieler Beteuerung nicht an das Geschehen glauben. Das war eine Folge der so ruhigen Lage im Protektorat. Schließlich kam doch ein stärkeres Kommando und die ersten Ermittlungen wurden an Ordnungsstelle aufgenommen. Absperrung des Gebietes, vorläufige Tatortaufnahme, Vernehmung einiger Zeugen und Vernehmung des inzwischen im Krankenhaus eingelieferten Kraftfahrers. Am Tatort befanden sich ein Damenfahrrad, eine Ackentasche und fünf weitere Bomben, wovon nur eine nicht zündfähig war. Des Weiteren wurde ein Sommerherrenmantel, eine Maschinenpistole, also die Sten aus englischer Herkunft, mehrere Hülsen von Pistolenmunition und Kleinteile der Sprengung gefunden. Die unversehrt zurückgelassenen Bomben bestanden aus uns bekannten Plastiksprengstoff, der von englischen Abwürfen stammte, englisches Isolierband, englische Sprengkapseln und englische Zünder, wie sie seit dem Afrika-Feldzug bekannt waren. Da auch eine englische Maschinenpistole verwendet worden war, bestand schon eine Stunde nach dem Attentat kein Zweifel mehr darüber, aus welcher Richtung das Attentat inszeniert worden war. Was passierte weiter? Während der vorbeifahrende Versorgungslastwagen den verwundeten Heidrich in das benachbarte Bulowka-Krankenhaus bringt, sucht Jan Kubis nach seinem Kollegen von Anthropoid, dem Karliner Dr. Bretislav Lykwar. Dieses wichtige Mitglied der Soko-Widerstandsorganisation Jindra hatte die Fallschirmjäger in den vergangenen Monaten mit vielen wichtigen Kontakten versorgt. Jetzt behandelte er Kubis, der durch einen Granatsplitter des Fahrzeuges eine Kopfhunde erlitten hat. Die Gestapo fand am 21. Juli 1942 in Kübienze den Dr. Bratislav Lykwar auf. In dieser ausweglosen Situation wählte der Dr. den Freitod. Der SS-Standartenführer Horst Böhme berichtet am 27. Mai 1942 um 15.26 Uhr die Ergebnisse von Heidrichs erste Operation nach Berlin. Eine Risswunde links des Rückenwirbels ohne Beschädigung des Rückenmarks. Das Projektil, ein Stück Blech, zertrümmerte die elfte Rippe, durchschlug die Magenschleimhaut und blieb schließlich in der Milch stecken. Die Wunde enthält eine Reihe von Pferdehaaren und Haaren, wahrscheinlich Material das von der Polsterung stammt. Die Gefahren, Vereiterungen des Brustfells aufgrund einer Rippenfellentzündung. Während der Operation wurde die Milz entfernt. Der Anschlag bringt die NS-Führung im Protektorat auf. Sie leiten Razzien ein und verhängen erneut das Standrecht. Doch die Attentäter sind untergetaucht. Am 27. Mai 1942 wurde die Entscheidung der zivile Notstand mit sofortiger Wirkung ausgerufen. Plakate erschienen in den Straßen, auf denen eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt war. Heinrich Himmler informierte Frank noch am selben Tag per Fernschreiben. Ich bin damit einverstanden an die Öffentlichkeit zu gehen. 2. Mit den ersten 10.000 Geiseln muss die gesamte tschechische Intelligenz verhaftet werden. 3. Die ersten 100 wichtigsten Widersacher der tschechischen Intelligenz müssen heute Abend erschossen werden. Himmler sandte seinen Leibarzt Karl Gebhardt für die Operation nach Prag. Gebhardts Flugzeug landete mit Verspätung. Inzwischen hatten die in Prag lebenden deutschen Ärzte Josef Hohlbaum und Walter Dick die Operation vorgenommen. Zunächst schien sich Heidrichs Zustand zu verbessern. Doch am 3. Juni trat eine plötzliche Verschlechterung mit hohem Fieber und Sepsis aufgrund einer Bauchfellentzündung ein, die wahrscheinlich durch Partikel der Polsterung des Wagens verursacht wurde, die nicht erkannt in die Bauchhöhle gelandet waren. Wäre Penicillin eingesetzt worden, das nicht zur Verfügung stand, hätte Heidrich wohl überlebt. Er fiel ins Koma und starb am 4. Juni 1942 um 9 Uhr. Eine Studie im Jahr 2012 kam zu dem Beschluss, dass die genaue Todesursache bis heute nicht abschließend geklärt sei. Demnach ist die bislang häufig vertretene These, er sei an Gasbrand gestorben, nicht haltbar. Himmler übernahm zunächst selbst kommissarisch die Führung des Reichssicherheitshauptamtes, bis er Ernst Kaltenbrunner am 30. Januar 1943 als neuen Chef des Reichssicherheitshauptamtes in sein Amt einführte. Zum Nachfolger Heidrichs als stellvertretender Reichsprotektor in Böhm und Meeren bestimmte er den Chef der Ordnungspolizei Kurt der Luge. Heidrichs Leiche wurde nach seinem Tod zwei Tage in Ratschin aufgebahrt und anschließend nach Berlin überführt. Am 9. Juni fand in der neuen Reichskanzlei die seit dem Staatsbegräbnis von Reichspräsident Paul von Hindenburg größte Totenfeier des Dritten Reiches statt, an der alle NS-Größen teilnahm. Heidrichs Leichnam wurde auf dem Berliner Invalidenfriedhof beigesetzt. Die Grabrede hielt Himmler, der betonte, dass alle Maßnahmen und Handlungen, die er traf, er als Nationalist und SS-Mann anpackte. Aus den tiefen Gründen seines Herzens und Blutes heraus habe er die Weltanschauung Adolf Hitlers erfüllt, verstanden und verwirklicht. Hitler pries ihn als Blutzeugen, gefallen für die Haltung und Sicherung des Reiches und zeichnete ihn posthum als zweiten Deutschen nach Fritz Todt mit der obersten Stufe des Deutschen Ordens aus, der höchsten Auszeichnung der NSDAP. Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts und tatsächlich auch zum letzten Teil der Trilogie über Reinhard Heidrich. Wir haben ja extra nicht gesagt, wir machen drei Teile daraus, weil das immer so ein bisschen schwierig ist, sondern wir haben einfach mal uns die Texte vorgenommen und gesagt, was wird das nachher. Und nachher konnte man so ein bisschen das unterteilen, in was ist vorher passiert, wie verlief das Attentat. Und jetzt kommt natürlich der Teil, was es danach passiert. Ja, weil alles, was danach passiert war, ist ja noch viel, viel schrecklicher als das, was man bis jetzt gehört hat. Deswegen nennen wir auch diesen Abschnitt von dieser Heidrich-Trilogie die Rache. Wird im Text nachher noch erläutert. Bis jetzt war die Resonanz auf diese Teile sehr gut, sage ich jetzt mal. Also viele Leute, die gesagt haben, boh, das wusste ich gar nicht. Viele, die gesagt haben, Geschichtsverfälschung und so weiter. Ich sage mal so, wir benutzen ja Quellen. Wir saugen uns das nicht aus den Fingern und die Quellen sind ja auch beschrieben und werden dann nochmal geprüft. Wir haben ja das Sechs-Augen-Prinzip und wenn dann noch ein Fehler passiert, dann ist das tatsächlich tragisch, kann man aber dann auch in den Kommentaren nochmal erklären. Deswegen komme ich jetzt zu dem, ja, Fehler würde ich nicht sagen, aber was überhaupt nicht erzählt worden ist oder ich darüber weggelesen habe, ich weiß es nicht, als wir die Person Heidrich beschrieben haben, haben wir natürlich den Abschnitt, dass er bei der Marine war, erklärt, aber wie er aus der Marine rausgeflogen ist, haben wir nicht erklärt. Ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht vorgelesen habe oder einfach nicht darüber nachgedacht habe. Fakt ist auf jeden Fall, Heidrich wurde unehrenhaft aus der Marine entlassen, weil er eine Frau heiraten wollte, aber einer anderen Frau vorher ein Eheversprechen gegeben hat und derzeit damals war ein Eheversprechen noch bindend. Also hat er quasi zweigleisig mit den Damen sich beschäftigt, sag ich jetzt mal so. Und das war in der damaligen Zeit und dann auch noch als Offizier in der Marine nicht ehrbar, deswegen wurde das vorgetragen und als Konsequenz aus dieser Unehrenhaftigkeit gegenüber dieser anderen Frau, also mit der er quasi die Affäre hatte, hat Reda ihn quasi unehrenhaft aus der Marine entlassen. Und dann in der Folge ist er dann nachher zur Partei und ist dann nachher zur SS und hat seinen Aufstieg gemacht. Aber diesen Anteil unehrenhaft aus der Marine entlassen habe ich wohl unterschlagen. Schande über mich. Jetzt habe ich es nochmal wiederholt, braucht ihr nicht noch hundertmal in die Kommentare schreiben. Wer so viele Informationen verarbeitet wie wir, da kann das schon mal passieren. Hat ja auch der Sache jetzt keinen Abbruch getan. Heidrich hat trotzdem das gekriegt, was er verdient hat. Schlimm ist jetzt nur, und da kommen wir jetzt ja zu, was als Rache von den Deutschen an den Tschechen verübt worden ist. Oder als Vergeltungsmaßnahme, wie ihr auch immer das nennen wollt. Also hartes Zeug, sage ich jetzt mal. Harter Tobak, wie man das auch so sagen kann. Trotz alledem Teil der Geschichte und das haben wir nochmal aufgearbeitet. Und das werden wir euch heute als Abschluss für diese Heidrich-Trilogie präsentieren. Noch ein riesen Dank an den Michael, der das alles akribisch recherchiert und zusammengetragen hat. Und natürlich auch an den Alex und den Dustin, die da in sehr viel stundenlanger Sisyphus-Arbeit Bildmaterial und Textmaterial zusammengefügt haben, damit ihr nachher das Gesamtpaket so sehen könnt, wie ihr es jetzt seht. Ja, nochmal ein riesen Dank an die Jungs, weil ohne die ganzen Helferlein würde das ja nicht passieren. Ich sitze ja wie gesagt hier nur und halte mein Gesicht in die Kamera, den Rest machen die anderen. Und die sind sehr fleißig und sehr gut dabei. Das muss auch mal gesagt werden. Gut, jetzt geht's los. Letzter Teil zur Heidrich-Trilogie. Die Rache. Und ich würde sagen, haltet euch fest, weil das ist wirklich schlimm. Und los geht's. So, dann legen wir mal los. Also ich würde diesen Teil tatsächlich die Rache nennen. Und die Tschechen haben dafür ihr eigenes Wort. Sie nennen es Heirichjade. Gut, also am 27. Mai 1942 wurde durch die Entscheidung von K.H.Frank, das war ein SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Der zivile Notstand mit sofortiger Wirkung ausgerufen. Plakate erschienen in den Straßen, auf denen eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt war. Heinrich Himmler informierte Frank noch am selben Tag per Fernschreiben 1. Ich bin damit einverstanden an die Öffentlichkeit zu gehen. 2. Unter den ersten 10.000 Geiseln muss die gesamte tschechische Intelligenz verhaftet werden. 3. Die ersten 100 wichtigsten Widersacher der tschechischen Intelligenz müssen heute Abend erschossen werden. Ich werde sie heute Abend anrufen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, obwohl der Ausnahmezustand am 31. Mai noch in Kraft war, konnten die deutschen Bürger Prags das Konzert der deutschen Militärkapellen in Prager Burgarten besuchen. Der neue Reichsprotektor ist das Obergruppenführer Kurt Daluge besuchte die letzte Veranstaltung der Prager Musikwochen. Am Abend des 2. Juni 1942 berief die Protektoratsregierung eine offizielle Versammlung auf dem Altstädter Ring ein, um im Einklang mit der nationalsozialistischen Propaganda die Ermordung Reinhard Heydrichs zu verurteilen und die Zugehörigkeit der tschechischen Nationen an Hitlers Reich zu verkünden. 60.000 Pragerinnen und Prager nahmen an der Demonstration teil. Die Grabrede ertönte noch in Berlin über Heydrichs Sarg als eine Entscheidung das blutige Ende eines kleinen tschechischen Dorfes gefällt wurde. Das Dorf, sein Name und das damit verbundene Verbrechen gingen in die Geschichte ein. Der Name des Dorfes ist in Tschechisch Lidice auf Deutsch Liditz. Wir bleiben mal bei Lidice. Das Dorf in der Nähe von Kladno hatte 483 Einwohner, die in 96 Häusern lebten. Das war im Juni 1942. So, warum Lidice? Da gibt es noch eine Hintergrundinformation, das würde aber den Rahmen sprengen. Fakt ist auf jeden Fall, dass nach dem Attentat auf Heydrich Horst Böhme als Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für Prag das Kommando über dieses von Hitler und Himmler angeordnete Verbrechen oder Vergeltungsmaßnahmen übernahm. Auf seinen Vorschlag hin kam es zur Vernichtung des Dorfes Lidice. Also was passierte genau? In der Nacht zum 9. Juni 1942 wurde das Dorf Lidice umstellt und alle Männer zwischen 15 und 84 Jahren wurden in den Kellern und die Scheune des Horak Bauernhofes gebracht. Die Frauen und Kinder wurden in das Schulhaus gebracht, von wo aus sie nach Kladno transportiert wurden. Nach und nach wurden die Häuser des Dorfes mit Hilfe von brennbarem Flüssigkeit in Brand gesetzt. Eine Schupo-Einheit, also Schutzpolizisten, die aus 20 Mann bestand, kam extra aus Halle an der Saale, dem Geburtsort Heydrichs nach Lidice um die Erschießung durchzuführen. In den frühen Morgenstunden begannen die Deutschen die Männer des Dorfes in den Gärten von Horaks Hof zu exekutieren. Zunächst wurden die Männer in 5er Gruppen vor das Erschießungskommando geführt, doch dann hatten die Henker das Gefühl, dass ihr Kunstwerk zu langsam vorankam. Sie verdoppelten das Erschießungskommando und richteten 10 Männer auf einmal hin. Das Morden dauerte mit kurzen Pausen bis zum nächsten Nachmittag. Die übrigen neun Männer, die in der verhindersvollen Nacht nicht im Dorf waren, vor allem wegen der Nachtschichten, und zwei Jungen, die erst kürzlich 15 Jahre alt geworden waren, wurden ebenfalls in Prag hingerichtet. Insgesamt waren es 173 Männer. Die Frauen von Lidice wurden von Kladno am 13. Juni 1942 in das Konzentrationslager Rabensbrück transportiert. Ihre Kinder wurden zur Umerziehung in das Umsiedlungslager Lodsch geschickt. 340 Einwohner von Lidice waren von den Nazis ermordet worden. 143 Lidice Frauen kehrten nach dem Ende des Krieges zurück und nach einer zweijährigen Suche konnten 17 Kinder zu ihren Müttern zurückgebracht werden. 53 Lidice Frauen überlebten die Schrecken des Konzentrationslagers nicht. Die Zerstörung des Dorfes wurde dem Reichsarbeitsdienst anvertraut, dessen erste Einheiten am 11. Juni 1942 vor Ort eintrafen. Von diesem Zeitpunkt an melden sich die RAD Angehörigen jeden Tag an der Vernichtungsstätte mit einer Fahne und einem Lied auf den Lippen. Sogar der Chef des RAD des Protektorats Kommandant Alexander Komichau kam für gelegentliche Inspektionsbesuche. Die Zerstörung des Dorfes wurde mit dem Einsatz von schweren Sprengstoffen bis zum 1. Juli 1942 fortgesetzt. Neben dem Reichsarbeitsdienst waren auch SS-Einheiten und technische Einheiten der Wehrmacht an den Arbeiten beteiligt. Letztere sind direkt verantwortlich für die größte Zahl der zerstörten Gebäude. Der Bericht des Reichsarbeitsdienstkommandanten Alexander Komichau an K.H.Frank über den Fortgang der Arbeiten in Liedsche zwischen dem 11. Juni und dem 3. Juli 1942. Darin hieß es wie folgt, dass während der Durchführung durchschnittlich 100 RAD Angehörige pro Tag an der Vernichtung von Liedsche arbeiten. Sie leisten 20.000 Arbeitsstunden und fanden Bargeld im Wert von 14.000 Mark in den Trümmern der zerstörten Häuser. In Liedsche ließen sich die Deutschen nicht einmal von der Ruhe der Toten aufhalten und zerstörten den Friedhof der Stadt vollständig. 60 Gräber wurden systematisch geplündert. 140 große Familiengrabstätten und 200 Einzelgräber wurden systematisch zerstört. Diese barbarische Zerstörung von Liedsche, so die Nazis, hatte einen außerordentlichen erzieherischen Einfluss auf die Mitglieder des RAD. Am 6. August 1942 schrieb Alexander Komichau Folgendes dazu an den Reichsführer des Reichsarbeitsdienstes. Die jungen Männer des Reichsarbeitsdienstes sehen, dass das deutsche Schwert schwer herabfällt und ohne Rückstände die Quellen der Unruhe nicht nur an der Front, sondern auch in den rückwärtigen Gebieten und besonders wo immer sich die Geheimfront bildet und dunkle Kräfte am Werk sind. Das dazu. Aber nochmal zurück zu Liedsche. In Zukunft sollte nichts mehr an das verschwundene Liedsche erinnern. Aus diesem wurde sogar der Verlauf des Bachbettes, der einst durch das Zentrum des Dorfes floss, verändert. Alle Bäume des Dorfes wurden abgeholzt und der Dorfteich wurde ebenfalls nach und nach mit Trümmerhaufen aufgefüllt. Auf dem Foto ist deutlich zu erkennen, dass einfache Transportmittel in der Anfangszeit nicht ausreichend waren, weshalb eine Schmalspurbahn an einigen Stellen in Liedsche aufgebaut wurde. So, aber bevor wir zur nächsten Zerstörung kommen, muss ich glaube ich doch nochmal zurückspringen, warum das Dorf zerstört worden ist. Also es gab einen Briefverkehr und es gab Personen in Liedsche, die mit den Attentätern in Verbindung gebracht worden sind, weil auch aus dem Dorf tschechische Piloten bei den Engländern flohen. Und in dieser Kombination wurde gesagt oder gedacht, dass das Dorf was mit den Attentätern zu tun hatte. Diese Spur bestätigt sie aber nicht. Trotzdem wurde das Dorf vernichtet. Das nur nochmal als Nachklapp, weil wir müssen uns noch ein Dorf anschauen. Und das wurde tatsächlich zerstört, weil dort Widerstandsleute in diesem Dorf lebten. Und da kommen wir jetzt mal zu. Und das Dorf, was ich meine, heißt Lezaki. Also ich muss nochmal sagen, ich kann die Sprache nicht. Ich versuche das so gut es geht. Ich lese das, wie es da steht. Wenn es falsch ist, schlag mich nicht. Ich versuche mein Bestes. Also es gibt zwei große Unterschiede zwischen Lezaki und Liedsche. In Liedsche lebten zum Zeitpunkt seiner Zerstörung rund 500 Menschen. In Lezaki waren es lediglich knapp 50. So Liedsche hatte mit dem Attentat auf Heydrich nichts zu tun. Das habe ich ja eben schon mal erklärt. Also die Vernichtung traf eine völlig unschuldige Gemeinde, in der unschuldige Menschen ihr Leben führten. Aber einige Bewohner von Lezaki gehörten wirklich dem Widerstand an. Unter anderem war in diesem kleinen Dorf ein Sender versteckt, über den Nachrichten an die tschechoslowakische Exilregierung in London übermittelt wurden. Die Deutschen ahten, dass der illegale Sender Libuse seine Signale in der Nähe von Padupic ausstrahlte. Doch den genauen Standpunkt konnten sie trotz aller Bemühungen nicht orten. Vielleicht wäre das Schicksal der Gemeinde Lezaki und seiner Bewohner glücklicher ausgegangen, wäre es Mitte Juni nicht zu einem Verrat gekommen. Einer der Fallschirmspringer, der Name wird noch genannt werden, packte bei der Gestapo aus. Er nannte Helfer und Helfershelfer, Kontaktadressen und den Namen Lezaki. Für dessen Bewohner glich diese Erwähnung einem Todesurteil. Auch wenn der Gestapo klar war, dass die meisten Bewohner von Lezaki nicht im Untergrund aktiv waren und von der Existenz des illegalen Senders keine Ahnung hatten, beschloss man ein weiteres Exempel zu statuieren. Entsprechend Hitlers direkten Anweisung jedes Dorf, in dem die Attentäter Hilfe und Unterstützung gefunden hatten, zu vernichten und dessen Einwohner zu erschießen. Danach sollte die Gemeinde vom Erdboden verschwinden. Dies geschah am 24. Juni 1942. Und so nahm er das, wurde Lezaki von SS und Sicherheitspolizei umzingelt. Die Bewohner von Lezaki wurden im nahen Steinbruch zusammengetrieben. Die 16 Männer, 17 Frauen und 14 Kinder wurden daraufhin nach Badupice in das Zamzek genannte Gestapo-Quartier gebracht. Ohne Gericht oder Verurteilung wurden dort noch am gleichen Tag alle Männer und Frauen erschossen. Die 14 Kinder wurden nach Prag gebracht, wo über ihr weiteres Schicksal entschieden wurde. Die Kinder, die in den Augen der Nazis nicht zur Germanisierung taugten, wurden in ein KZ verschleppt. Die Häuser des Dorfes wurden noch am gleichen Tag angezündet, später abgerissen. Nichts erinnerte mehr daran, dass an jener Stelle ein kleines Dorf stand. In der Protektoratspresse erschien auch nur eine kurze Meldung. Lezaki wurde nach Kriegsende nicht wieder aufgebaut. Es gab keinen, der in den neuen Häusern hätte wohnen können. Nur zwei kleine Mädchen kehrten 1945 zurück. Sie waren die einzigen Kinder aus Lezaki gewesen, die von einer deutschen Familie zur Germanisierung adoptiert worden waren. Die anderen zwölf Kinder aus Lezaki traf wahrscheinlich das gleiche Schicksal wie die Kinder aus Lidice. Das war aber noch nicht alles mit den zerstörten Dörfern. Es gab noch das Dorf Bernatitsch. Ein ähnliches Schicksal wie die Lidice und Dezaki hatte das Dorf Bernatitsch bei Tabor ereilen müssen. Bernatitsch, das der gelandete Fallschirmtruppe Half, die in der Nacht vom 29. zum 30. April 1942 im Bezirk Rosmital landeten, sowie die Dörfer Boazin und Cochin im Bezirk Nachot, die mit dem Sender Libuse der Fallschirmjägergruppe Silver A verbunden waren. Aber die Welle des Widerstandes, die im Ausland als Reaktion auf das Massaker von Lidice entstand, hat die Nazis veranlasst von diesen Verbrechen Abstand zu nehmen und sie beschränkten sich daher auf die Ermordung derjenigen, die den Fallschirmjägern direkt geholfen hatten. In Bernatitsch wurden 24 Menschen unter Kriegsrecht hingerichtet, 22 in Luby bei Klatovi und zwei in Tabor. Weitere 22 Bürger von Bernatitsch kehrten nicht aus den Konzentrationslagern zurück. Die Nazis führten Strafmaßnahmen gegen die Dörfer Boazin und Cochini durch, wo sich der Funktelegraphist von Silver A versteckt hatte. Dabei wurden 18 Personen verhaftet. 15 von ihnen wurden am 9. Juli 1942 auf dem Hinrichtungsgelände des Schlosses von Pardubice hingerichtet. So jetzt gehen wir mal, also es ist alles ganz furchtbar, ich habe da auch echt meine Schwierigkeiten das hier vorzutragen, aber es hilft nichts. Das sind nun mal Fakten und da müssen wir jetzt einfach mal durch. Gehen wir mal an die letzten Stunden der Attentäter an. Als erste Maßnahme wurde, teils um die Flucht der Täter auf das flache Land zu verhindern, teils aus demonstrativen Absichten, die Absperrung der Stadt Prag verfügt und durchgeführt. Durch die Wehrmacht wurde das gesamte Stadtgebiet so abgeriegelt, dass ein Verlassen der Stadt offiziell nicht möglich und inoffiziell außerordentlich schwer war. Der Zugverkehr wurde für 24 Stunden vollkommen eingestellt, hinein durfte jeder, hinaus jedoch niemand. Die Maßnahme in Form der Straßenkontrollen, wobei der Verkehr wieder offen war, aber strengste Kontrollmaßnahmen durchgeführt wurden, hat die Täter tatsächlich veranlasst im Stadtgebiet zu bleiben. Außerdem wurde am Abend des Tattages die gesamte Stadt mit 36.000 Häusern durchsucht. Die nächtliche Durchsuchung erforderte ein Einsatz von rund 12.000 Mann aus allen uniformierten Einheiten selbst der tschechischen Polizei. Es blieb ohne Erfolg und selbst ein Kopfgeld führte zu keiner Ergreifung. So wie ging es jetzt aber weiter? Dr. Otto Jeschke und der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Protektorat, Standartenführer Horst Böhme, wurden zum ersten Bericht gegen 15 Uhr zum Stabsminister Frank bestellt. Frank begann diesen Empfang der vier Männer mit bekümmerter Miene und mit folgenden Worten. Eine große Schweinerei. Der Führer hat befohlen, 10.000 Tschechen als Vergeltung zu erschießen. Die Reaktion sowohl des Gestapo-Leiters als auch des brutalen Böhme war sehr bedrückt. Sie waren sich wohl der Ungeheuerlichkeit eines solchen Befehles deutlich bewusst. Der Leiter der Ermittlungskommission stellte die schockierende Frage, warum denn Tschechen, nehmen sie doch Deutsche? Daraufhin wurde er von Frank zurechtgewiesen, keine dummen Scherze zu machen. Dazu erwiderte er Gruppenführer, das meint voller Ernst und kein Scherz. Am Tatort ist bis jetzt einwandfrei festgestellt worden, dass die Täter eine englische Maschinenpistole, englische Munition, englische Bomben mit englischem Sprengstoff, englische Sprengkapseln, englische Zünder und englisches Isolierband verwendet haben. Wer sagt ihnen denn, dass es sich bei den Tätern um Tschechen handelt? Das können genauso gut deutsche Migranten aus England oder Engländer eines Kommandounternehmens gewesen sein. Frank fragte daraufhin, ob das wirklich stimmte. Der Kriminalist legte seine Akten vor mit den ersten Ermittlungsergebnissen. Frank telefonierte daraufhin unmittelbar mit Hitler und bewirkte die Zurücknahme des Befehls. Während der grausamen Repression die Nazis unmittelbar nach der Ermordung durchführten, fanden die Fallschirmjäger dank der Vertreter der orthodoxen Kirche in der Kirche Saint-Cyril und Methodius in der Reslowstraße in Prag unter Schlupf. Unter dem Druck der Angriffe versammelten sich schließlich alle sieben in Prag verbliebenen Fallschirmjäger in dem Kirchengebäude. Die Kombination aus Terror durch das Massaker an ganzen Familien und die Vernichtung von Ridice sowie die Aussicht auf das Versprechen von Begnadigung zeigten schließlich Wirkung. Hier ein Zitat. Der Erfolg war durchschlagend. In drei Tagen ging über 2000 persönliche Mitteilungen von tschechischer Seite ein, von denen eine ganze Anzahl zur Ergreifung der Täter geführt hätten. Am 16.06.1942 meldete sich aufgrund der Amnestie ein etwas verstört und ängstlich wirkender Mann mit der Behauptung, die beim Attentat zurückgelassene und jetzt öffentlich ausgestellte Aktentasche schon früher gesehen zu haben. Er wurde dem Leiter der Kommission sofort direkt zugeführt und musste unter 20 verschiedenen Aktentaschen, die einander ähnlich waren, die Aktentasche der Täter herausfinden, was er mit einem sicheren Griff sofort tat. Er war schrecklich erregt, dazu war er Stotterer. Nach einer sehr beruhigenden Unterhaltung kam er schließlich mit dem Geständnis heraus, dass er selber Fallschirmspringer sei und um seine Angehörigen von Nachteilen oder Verfolgung zu bewahren, sich entschlossen habe, sich zu stellen. Außerdem seien sie in London über die Verhältnisse im Protektorat vollkommen falsch unterrichtet worden und ihnen Aufgaben zugewiesen worden, die im Interesse des tschechischen Volkes in diesem Kriege nicht liegen könnten. Es war der Fallschirmsagent Karel Kurda, geboren am 10.10.1911 in Stara Ilna, abgesetzt am 28.03.1942 bei Telcz, Bezirk Iglau. In der ehemaligen tschechischen Armee war er Zugführer. Er hatte die Aktentasche bei der Familie Svatos in Prag gesehen, als sie von dem Agenten Gepczyk repariert wurde. Schon am nächsten Morgen begann die Gestapo Ratzien in den Wohnungen der Personen, die den Fallschirmen geholfen hatten, durchzuführen. Den Anfang machte die Familie Moravec. Die Hauptbeteiligten, der Lehrer Zelenka und Frau Moravec, hatten, als sie die Tür ihrer Wohnung öffneten, die Giftkapsel bereits im Mund. Das Zerbeißen konnte natürlich nicht mehr verhindert werden und nach zwei Minuten waren sie tot. Trotzdem ergaben alle Festnahmen ein Bild, das zur Aushebung der weiteren Helfer und schließlich der Attentäter hinreichend war. So hatte sich der Sohn von Frau Moravec, die Selbstmord begangen hatte, schon vor dem Erscheinen der Beamten auf eine Reise innerhalb des Protektorats begeben. Er konnte wenige Stunden später aus dem Zuge heraus festgenommen werden. Bei seiner Vernehmung leugnete er von all den Dingen und dem Treiben seiner Mutter etwas zu wissen. Man entschloss sich schließlich, ihm den Tod seiner Mutter bekannt zu geben und ihm seine tote Mutter zu zeigen. Daraufhin brach er zusammen und sagte aus, dass ihm seine Mutter gesagt habe, er solle sich in Zeiten besonderer Not in die Katakomben von der Karl Boromois Kirche begeben. Hinweise auf diese Katakomben waren auch von anderer Seite vorliegend, sodass beschlossen wurde, am kommenden Morgen eine Durchsuchungsaktion dieser Katakomben durchzuführen. Noch bestand keinerlei Gewissheit über den Aufenthaltsort der Attentäter. Es war bereits gegen Mitternacht des 17.06.1942. Um die baulichen Verhältnisse dieser Katakomben zu kennen, wurde alles nur Erdenkliche unternommen. Schließlich musste man bei den Attentäter, die sicher gut bewaffnet waren, mit schwerstem Widerstand rechnen. Fluchtwege mussten einkalkuliert werden. So holte man verschiedenste Personen, die eventuell hätten Auskunft geben können, aus den Betten und befragte diese. Am 18.06. um 4.15 Uhr ging es dann in die Kirche. Etwa zwei Minuten nach Betreten des Kirchenschiffes, die Beamten gingen nur erst suchend herum, erhielten sie zusammengefasstes Feuer von der Empore der Kirche. Ein Beamter hielt einen Handdurchschuss. Diese aus Vorsichtsgründen an den Eingängen zum Kircheninneren aufgestellten Maschinenpistolenschützen erwiderten das Feuer sofort und hielten die Schützen auf der Empore nieder, sodass sie nicht gezielt schießen konnten, was im Halbdämmer der frühen Morgenstunde sowieso sehr schwierig war. Die Agenten warfen daraufhin eine Bombe von oben in den Altarraum, die ebenfalls niemand verletzte, sondern nur die Vorhänge in Brand setzte. Auf einer schmalen steinernen Wendeltreppe auf die Empore vorzudringen war unmöglich, weil sie durch einen gedeckten Schützen von oben unter genauen Beschuss gehalten wurde. Die Empore bzw. Galerie war ohne Geländer, also beste Beschussmöglichkeit von oben nach unten. Es blieb kein anderer Ausweg als mit Handgranaten zu kämpfen. Auf diese Weise wurden die Agenten niedergekämpft und das Feuer verstummte langsam. Sicherheitshalber wurde noch ein Stoßtrupp der absperrenden Waffen-SS eingesetzt, die kriegsmäßig mit Stahlhelm ausgerüstet war, während die Beamten im Zivil eingesetzt waren. Es wurden drei Agenten auf der Empore vorgefunden, zwei bereits tot, sie hatten sich vergiftet, der dritte lebte noch. Es war Kubis, der Bombenwerfer auf Heydrich. Kubis hatte als einziger von allen die Sprengwirkung einer Handgranate abbekommen, sich dann aber auch noch vergiften wollen, hat es aber wohl durch Ohnmacht nicht mehr richtig gemacht. Seine sofortige Überführung in ein Lazarett und alle ärztlichen Versuche konnten ihn nicht mehr am Leben erhalten. Er starb nach 20 Minuten. Der erste Kronzeuge war tot, für die Kriminalisten ein schwerer Verlust und fehlte noch Gabczyk, der Maschinenpistolenschütze. Noch waren sie nicht in den Katakomben. Der Kaplan gab jetzt zu, nachdem er den Kampf von der Sakristei der Kirche aus mitverfolgt hatte, dass insgesamt sieben Mann von ihm in der Kirche untergebracht worden sind. Es waren also noch vier Mann in den Katakomben. Die drei auf der Empore hatten sich nur wegen der in den Katakomben herrschenden Kälte auf die Empore zum Schlafen gelegt und konnten sich beim Eindringen der Beamten in der Kirche nicht zu schnell zurückziehen. Der Kaplan gab die Lage der Katakomben bekannt und teilte zu großem Erstaunen mit, dass es keinerlei Rückzugsweg aus diesen Katakomben gebe. Die Agenten hatten sich in eine richtige Mausefalle gesetzt. Die Katakomben waren ein Kellergewölbe unter der Kirche, dessen Seitenwände Fächer hatten, in denen die Geistlichen aus frühen Jahrhunderten beigesetzt und vermauert wurden. Einige dieser Fächer waren offen, einige hatten die Agenten geöffnet, die Knochenreste herausgeräumt und sich in die Fächer zum Schlafen gelegt. Der Einstieg, über den früher die Särgen nach unten geschafft wurden, war von oben zugemauert. Es war nur eine kleine Luke, durch die sich gerade ein nicht allzu dicker Mensch zwängen konnte. Wie aber sollte man die Agenten dort lebend herausholen? Die Agenten würden sich sicherlich nicht ergeben. Die Kriminalisten brauchten aber für den Abschluss ihrer Ermittlungen für das Gesamtbild die lebenden Zeugen, keine Toten. Der Pfarrer wurde an die Luke geschickt und sollte mit ihnen verhandeln. Sie antworteten von unten, dass sie keinen Pfarrer kennen würden, der sie betreut hätte. Sie seien Tschechen und Tschechen ergeben sich nie. Sie waren unten gut bewaffnet und jeder, der nur die Beine durch die Luke steckte, konnte schon abgeschossen werden. Es wurden ihnen die verschiedensten Angebote gemacht, sie wiesen alle zurück. Der Leiter der Kommission wollte sie lange hinhalten, um bei ihnen vielleicht eine Meinungsänderung herbeizuführen. Was tat man? Die Feuerwehr musste anrücken und den Keller mit mehreren Schlauchleitungen fluten. Es wurde dort unten wirklich ungemütlich. Nach einem Meter Wasserhöhe im Keller wurde Tränengas geworfen, doch das stieg nach oben durch die Fluten der Fußbodenplatten der Kirche und die Leidtragenden waren die Beamten, die die Kellerfestung belagerten. Unter vollem Druck der Feuerwehrleitung wurden, soweit erreichbar, die Sargnischen ausgespritzt. Vielleicht sank der Widerstandswille bei durchnästen und frierenden Kämpfern. Es war schon 11 Uhr geworden, über 6 Stunden Belagerung. Die hohen Herren und Kommandeure der Truppe wurden unruhig, wenn auch aus Unverständnis oder Dummheit. Der Leiter der Kommission begab sich zu einem Telefon und telefonierte etwa 20 Minuten mit einem deutschen Lazarett und ließ sich von den Ärzten beraten, ob man in dieser Lage nicht ein schnell wirkendes Betäubungsmittel, das sich als leichtes Gas nicht nach oben entwickelte, sondern auch seitlich in die Sargnischen getrieben werden konnte, notfalls mit Hilfe einer kleinen Explosionswirkung einzusetzen. Nichts dergleichen gab es. Als er zurückkam, sah er, dass sich ein sogenannter Stoßtrupp der Waffen-SS zum Einstieg in die Luke fertig machte. Die sofortige Rücksprache mit dem anwesenden obersten Kommandeur der Waffen-SS ergab eine sehr unkameradschaftliche Zurückweisung arroganter Art. Etwa in dem Stil, was hat schon ein kleiner Zivilist rumzumeckern, wenn die bewaffnete Macht handelt. Das Ende vom Lied war aber folgendes. Der Zugang wurde aufgebrochen, die schon jetzt verwundeten SS-Männer, die dort eindringen wollten, wurden gerettet und die vier Agenten, die im Kellergewölbe waren, haben sich alle selbst erschossen. Unter diesen vier Agenten war natürlich auch der Gabczyk. Eine halbe Stunde später traf ein Funkspruch von dem inzwischen verständigten Himmler ein mit etwa folgendem Wortlaut. Die Attentäter auf alle Fälle hinhalten und vertrösten, um sie lebend zu fangen. Zu spät. Die Untersuchungen waren natürlich noch nicht abgeschlossen. Es gab noch wieder Zeugen, die die Toten identifizierten. Es wurden Waffen gefunden und auch Dinge, die nur am Tatort von den Agenten benutzt worden waren. Und somit wurde Ende September festgestellt, dass die beiden Gabczyk und Kubis auf jeden Fall die Attentäter waren und auch dort zu Tode gekommen sind. Wie erwartet behauptete der tschechische Rundfunk aus England ununterbrochen, dass die Gestapo die Attentäter nicht habe fangen können und deshalb habe sie beliebt wie Tschechen in der Karl Boromöskirche erschossen mit der Behauptung, es seien die Attentäter. Alles nur, um ihr Prestige als gefürchtete Gestapo nicht einzubüßen. Zehn Tage nach dem Massaker von Diditsche und zwei Tage nach dem heldenhaften Tod der falschen Meger in der Kirche organisierte die Protektoratsregierung weiterhin Demonstrationen von Aktivisten. Die Propagandakampagne, an der nach Schätzung der Nazis angeblich 1,5 Millionen Menschen teilnahmen, erreichte ihren Höhepunkt am Abend des 3. Juli 1942 mit einer Massenkundgebung auf dem Wenzelsplatz in Prag. Der Beginn der Demonstration fiel zeitlich mit dem offiziellen Ende des Kriegsrechts zusammen. Heute fragen sich viele, ob es Sinn gemacht hat, den Tod eines Nazi-Generals mit dem hohen Preis von rund 5.000 Menschenleben zu bezahlen. Der Militärhistoriker Eduard Stelitsch ist sich darüber im Klaren. Heidrich wird von uns oft als Nazi zweiter Kategorie betrachtet, weil die Bezeichnung seiner Funktion mit dem Attribut stellvertretend verbunden ist. Die tschechische Sprache ist hier irreführend. Heidrich war kein gewöhnlicher Stellvertreter, sondern ein Angehöriger der obersten Reichsführung. Er war Herr über Leben und Tod vieler Menschen in Europa. Seine Beseitigung war von großer Bedeutung. So, das war die quasi jetzt mittlerweile Kreologie um das Attentat auf Heidrich, also das Vorgeplänkel, das Attentat selber und ich nenne es jetzt mal die Rache oder die Nachwehen, was danach alles passierte. Ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm und heute gar nicht mehr vorstellbar. Und ich finde wichtig, dass das mal wirklich in epischer Breite erklärt wird. Dem einen oder anderen mag das natürlich als langweilig erscheinen, war auch viel Information, die der Michael da zusammengetragen hat, aber öffnet einem doch auch mal die Augen, was da alles hinter steckt. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht im Bereich dieser geschichtlichen oder dieses geschichtlichen Aspektes. Wir haben sicherlich nicht alles hundertprozentig beleuchtet. Das ist auch eigentlich gar nicht möglich in der Kürze der Zeit. Sollte euch trotzdem was aufgefallen sein, wo ihr sagt, da müsst ihr nochmal ran, dann gerne in die Kommentare schreiben oder auch gerne richtig stellen. Bitte aber dann mit Quellen. Also wir haben auch mit sehr vielen Quellen gearbeitet. Das seht ihr am Abspann und das ist ja nun nicht alles aus der hohlen Hand hier geschrieben, sondern das hat ja alles Hand und Fuß. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, ein bisschen abgeholt. Wer noch kein Abonnent ist, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Das bringt uns auch noch vorne. In diesem Sinne nochmal ein Riesendank an den Michael, der das zusammengeschrieben hat und an den Dustin und den Alex, die den Schnitt gemacht haben. In diesem Sinne, macht's gut und auf bald. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!